Ein Video auf dem Kanal Rotschlumpf. Danke für die Werbung, die eh kein Interesse ist. Auf jeden Fall möchte ich morgen einen wunderbaren Lifestyle mit euch machen. Und zwar könnt ihr euch aussuchen, welche Spiele ich spielen werde. Das heißt, es sollte schon eigentlich sein, dass ich habe oder mir auch möglichst schnell kriegen kann. Das heißt, der Vorschlag sollte realistisch sein. Und ansonsten gucken wir, was für ein Spiel in die Kommentare schreiben werdet. Das heißt, ich bin auf eure Spielvorschläge gespannt und dann tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Rotschlumpf.